Grüß Gott und einen schönen guten Abend. Herzlich Willkommen zu unserem Webcast, den wir heute gemeinsam mit Dorada Rechtsanwälte veranstalten. Mit was beschäftigen wir uns? Sie sind auf der Einladung. Wir setzen uns heute mit den Auswirkungen der globalen Sanktionen auf österreichische Unternehmen auseinander. Wie haben wir uns das heute gedacht? Wir haben es unterteilt in fünf Einzelslots, also in kurze Einzelvorträge, mal mit, mal ohne Folien und wir schauen wirklich, dass wir hier die insgesamte Zeit von einer Stunde nicht überschreiten werden. Alle Fragen bitte gerne direkt im Chat posten. Wir werden immer dann, wenn es dazu passt, sehr gerne darauf eingehen. Die Vorträge, wie gesagt, werden insgesamt fünfmal maximal zehn Minuten sein. Die Folien kamen Sie nachher selbstverständlich zum Download. Bereits bekommen Sie auf jeden Fall und bezeichnen diesen Webcast auch auf, um ihn nachher am Ende für Sie on Demand abrufbar zu machen. Ich darf noch ganz kurz meinen Kollegen von Beka-Dili Deutschland, den Alexander Wagner, begrüßen und kurz vorstellen. Er beschäftigt sich federführend mit forensischen Untersuchungen, Forensic Audits und insbesondere auch Cyberkriminalität. Ein Aspekt, den wir heute insbesondere auch noch dazu genommen haben, da er nicht nur durch die Pandemie, insbesondere in unsicheren Zeiten immer mehr Bedeutung gewinnt. Herzlich willkommen. Ich darf gleich weitergeben an Dr. Müller. Grüß Gott. Danke, dass Sie das heute mit uns veranstalten. Die Tribüne. Ja, Grüß Gott. Auch von Seiten der Rechtsanwälte Heinrich Kühnert und meiner Person Bernhard Müller ein herzliches Willkommen. Wir freuen uns auf eine spannende Veranstaltung. Ich darf Ihnen zwei weitere Redner vorstellen, die nicht von Dorda kommen. Zunächst den Herrn Dr. Arnold Kammel. Herr Dr. Kammel hat Politikwissenschaft und Recht, also in Wien, in Wien, Graz und Madrid studiert, ist Dr. Juris. Er ist sehr versiert im Bereich der Sicherheitspolitik, hat im österreichischen Bundesheer im Bundesministerium für Landesverteidigung die Direktion für Sicherheitspolitik geleitet. Er ist jetzt der Kabinettschef der Frau Bundesministerin und gleichzeitig Generaldirektor für Verteidigungspolitik und internationale Beziehungen. Lieber Arnold, herzlich willkommen und danke, dass du dir für diese Veranstaltung heute Zeit genommen hast. Des Weiteren darf ich noch Dr. Bernhard Egger begrüßen. Dr. Egger ist der stellvertretende Geschäftsführer der Sparte Banken und Versicherungen der Wirtschaftskammer Österreich. Die Bundessparte Bank und Versicherungen vertritt eben die Interessen der Kreditwirtschaft, Versicherungsunternehmen, Pensionskassen und Lotterien. Er ist insbesondere im Bereich der Sanktionen natürlich, was den Bankensektor angeht, einer der Experten. Deshalb freuen wir uns, lieber Bernhard, dass du heute da bist und dass du mit deinem Wissen, deinem Know-how und auch deinem Insiderwissen, wenn ich das so sagen darf, zum Gelingen dieser Veranstaltung beitragen wirst. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Dankeschön. Dann hätten wir als kurze Keynote, als Einleitung den Herrn Dr. Kamel vorgesehen, der uns die Wechselwirkungen europäischer Krieg, europäischer Wirtschaft hier in einer kurzen Keynote noch einmal näher bringen wird. Dankeschön, Herr Doktor. Sehr geehrte Damen und Herren, Herr Karel, lieber Bernhard Müller, vielen herzlichen Dank für die freundliche Einladung zu der heutigen Veranstaltung und die Gelegenheit, Ihnen vielleicht aus verteidigungspolitischer Sicht ein wenig näher zu bringen, wie wir auch aus Sicht des Bundesministeriums für Landesverteidigung die derzeitige geopolitische, geostrategische Lage sehen und daraus ableitend vielleicht auch die eine oder andere Konsequenz Ihnen näher zu bringen und insbesondere auch die Wirkungszusammenhänge zwischen dem, was wir tagtäglich mit Blick auf den russischen Ankriegskrieg in der Ostukraine sehen, feststellen können, aber auch welche Implikationen dies mit Blick auf die Europäische Union und insbesondere auch auf Österreich und die österreichische Sicherheits- und Verteidigungspolitik nach sich zieht. Ich werde daher versuchen, in den nächsten knapp zehn Minuten Ihnen vielleicht noch einen kurzen Überblick zu geben, wie wir verteidigungspolitisch die Entwicklungen seit dem 24. Februar sehen und welche Herausforderungen sich auch aus der Sicht der verteidigungspolitischen Planung sowohl für Österreich, aber auch im europäischen Kontext hier heraus ergeben. Sie werden es wahrscheinlich des Öfteren gehört haben und es wird oftmals darauf verwiesen, dass der 24. Februar in gewisser Weise eine Zeitenwende nicht nur im Bereich der europäischen Sicherheits- und Verteidigungsordnung, sondern auch der europäischen Integration generell darstellt, weil mit dem 24. Februar und mit dem Beginn des Angriffskrieges der russischen Föderation auf die Ukraine der Krieg wieder Realität in Europa geworden ist und wir auch in sicherheits- und verteidigungspolitischer Hinsicht uns quasi einer neuen Herausforderung zu stellen haben. Um Ihnen diese Zeitenwende vielleicht anhand von zwei kurzen Dokumenten entsprechend näher zu bringen, habe ich das erste strategische Dokument der Europäischen Union hergenommen, die europäische Sicherheitsstrategie, die im Nachhang zu 9-11 erstmalig einen gewissen Handlungsrahmen für die Europäische Union und die Sicherheits- und Verteidigungspolitik gegeben hat und das Sicherheits- und Verteidigungspolitische Handeln bestimmt hat. Und diese europäische Sicherheitsstrategie von 2003 beginnt mit den Worten, ich zitiere, nie zuvor ist Europa so wohlhabend, so sicher und so frei gewesen. Die Gewalt der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist einer in der europäischen Geschichte beispiellosen Periode des Friedens und der Stabilität gewesen. Und auf dieser Friedensdividende aufbauend hat sich dann auch im Rahmen der Europäischen Union die gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik entsprechend weiterentwickelt, wobei stets im Vordergrund der Europäischen Union die Softbauer, sprich weniger die militärische Dimension der Sicherheits- und Verteidigungspolitik im Vordergrund gestanden ist, sondern eher das gesamte Instrumentarium, das die Europäische Union auszeichnet. Und wenn wir heute auch am Nachmittag über Sanktionen reden, natürlich auch Sanktionen ein wesentlicher Teil des auswärtigen Handelns der Europäischen Union hier darstellen. Und es war der Fokus eben darauf gerichtet, durch Umfeldstabilisierung, durch Bewältigung von regionalen Krisen und Konflikten hier auch das europäische Lebensmodell, aber auch die europäische Wirtschaft entsprechend abzusichern und auf dieser Friedensdividende aufbauen, die europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik entsprechend zu entwickeln. Wenn wir nun das zweite Dokument hernehmen, den sogenannten strategischen Kompass, der von den Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union gerade im März diesen Jahres verabschiedet wurde, so liest sich die gleiche Einleitung, die ich Ihnen aus dem Jahr 2003 zitiert habe, doch völlig anders. Es beginnt der strategische Kompass mit den Worten die Rückkehr des Krieges nach Europa durch die grundlose und ungerechtfertigte Aggression Russlands gegen die Ukraine sowie große geopolitische Veränderungen stellen eine Herausforderung für unsere Fähigkeit dar, unsere Vision zu vertreiben und unsere Interessen zu verteidigen. Wir sehen in der Europäischen Union, dass nunmehr ein gewisses Umdenken beginnt und auch in Europa die Realität eingetreten ist, dass wir uns vielleicht auch mit schon vergessen geglaubten Bedrohungsszenarien wieder entsprechend auseinanderzusetzen haben und wir uns auch, wie es gerade jetzt die aktuellen Entwicklungen in der Ost-Ukraine zeigen, auch wieder mit der klassischen Form des Krieges, einer konventionellen Kriegsführung untermauert durch auch Elemente einer hybriden Kriegsführung, sprich Desinformation, Cyber-Attacken, die auch durchgeführt werden, uns entsprechend auseinanderzusetzen haben. Was aber mit Blick auf die Ukraine oftmals in den Hintergrund gerät, sind die Wirkungsketten, die sich aufgrund dieser kriegerischen Auseinandersetzung in der Ukraine auch auf andere für Österreich wesentliche Schwerpunktregionen ergeben können. Und wenn wir beispielsweise hier nur die zentralen Regionen für Österreich hernehmen, wo auch wir als Verteidigungsressor und Österreich als Bundesheer entsprechend mit Truppen und entsprechend mit nationalen Kontingenten vertreten sind, so sehen wir die direkten Wechselwirkungen zwischen einerseits dem Krieg in der Ukraine und andererseits beispielsweise der sich verschlechternden Sicherheitslage am Westbalkan. Denken Sie an Bosnien und Herzegowina, die direkten Beziehungen der serbisch dominierten Republika Srpska mit der Russischen Föderation und das ohnehin schon instabile Gesamtgefüge Bosniens. Nehmen Sie die Situation beispielsweise im Kosovo her, aber auch in den anderen Ländern des Westbalkan, wo wir sehen, dass die Instabilität und auch die Einflussnahme externer Akteure auf diese Region zunimmt. Es sei dabei nicht nur allein die Russische Föderation erwähnt, sondern auch beispielsweise die Türkei, die natürlich am Westbalkan hier auch versucht, über ihre unterschiedlichen Wirkmittel auch ihre nicht nur sicherheitspolitischen, sondern auch ihre wirtschaftlichen Interessen entsprechend zum Ausdruck zu bringen. Schauen wir weiter nach Afrika und auch hier der Schwerpunkt unseres Ressorts auf Westafrika und unser Kontingent in Mali. Sie werden es die Medien entnommen haben, auch dort die russische Söndler Gruppe Wagner präsent führt zu einer Diskussion in der Europäischen Union, wie unser künftiges Engagement entsprechend aussehen sollte. Aber auch hier muss sich Europa die Frage stellen, was bewirkt es oder was ist die Konsequenz, wenn eben diese Söndler Gruppe auftritt? Sollen wir daher als Europäer beginnen, uns aus diesen Krisenregionen zu verabschieden? Wer wird das Vakuum füllen, wenn wir als Europäer dort nicht mehr präsent sind? Und wenn man hier die wirtschaftliche Dimension hernimmt, gerade in vielen dieser Regionen und in diesen Konfliktsituationen sind wir auch damit konfrontiert, dass diverse Rohstoffe, die für das Funktionieren unserer Wirtschaft von entscheidender Bedeutung sind, sich dort finden und dementsprechend auch das militärische Engagement, die eine Verbindung sozusagen auch zum wirtschaftlichen Engagement entsprechend darstellt. Es sieht gleich aus in anderen Regionen Osteuropas, Ähnliche sehen wir auch im Nahen und Mittleren Osten. Sprich in all den Schwerpunktregionen für die Europäische Union sind wir mit Instabilitäten und Wulmerabilitäten konfrontiert, die dadurch, dass Russland auch die russische Föderation in diesen Regionen aktiv ist, immer einen Wettstreit der Europäischen Union auch mit Russland entsprechend nach sich ziehen. Was auch bei dieser Gesamtbetrachtung oftmals übersehen wird, sind andere Dimensionen, die vielleicht uns als Österreicher als Landlocked Country sozusagen nicht primär in den Sinn kommen. Die gesamte Frage der Seewege, man denke daran, die französische Ratspräsidentschaft soll jetzt gerade dafür plädiert, eine Strategie für den Indopazifik zu erstellen, was vielleicht für uns als Österreicher auf den ersten Blick nicht das zentrale, oder die zentrale Region unserer Sicherheits- und Verteidigungspolitik darstellt. Wenn man aber bedenkt, dass rund ein Fünftel bis zu einem Viertel des Welthandels, der über den Seeweg betrieben wird, durch die Straße von Malakka verläuft bzw. durch das südchinesische Meer, da stellt sich auch hier die Frage, welche Rolle Europa und damit auch Österreich in diesem Kontext entsprechend einnehmen wird. Ich glaube, wir sind grundsätzlich mit dem Problem konfrontiert, dass wir eine sehr global diversifizierte Volkswirtschaft haben, und daher die Frage der Lieferketten und auch der Frage der Rohstoffstrategie gerade für Europa von entscheidender Bedeutung ist. Und wenn wir hier auch als Akteur wahrgenommen werden wollen, und wenn es uns auch gelingen sollte, die für uns und unsere Wirtschaft essentiellen Rohstoffe hier entsprechend abzusichern, so bedarf es neben der reinen sicherheits- und verteidigungspolitischen Bewertung, auch der Beachtung von Lieferketten zu Lieferwegen mit Blick auf die Europäische Union. Und wenn Sie nur daran zurückdenken, dass ein nicht minder prominenter deutscher Politiker einmal vor knapp eineinhalb Jahrzehnten das Statement getätigt hat, Europa und damit auch Deutschland möge seine Interessen am Hindukusch beginnen zu vertreten, um hier auch eine entsprechende Wirtschaftsmacht Europa und die europäischen Werte und Interessen entsprechend abzusichern, so sehen wir das, was vielleicht damals als nicht sehr reales Szenario eingeschätzt wurde, mittlerweile doch ein reales Szenario einstellt. Und auch die Covid-Pandemie hat mit Sicherheit die Vulnerabilitäten der europäischen Wirtschaft und unsere Abhängigkeiten von anderen, vielleicht nicht ganz so stabilen, Räumen und Regionen dieser Welt klar zum Ausdruck gebracht. Und als letztes Beispiel in diesem Kontext sei auch nur erwähnt, die Blockade des Suezkanals durch die Havarie dieses Frachtschiffes bei Evergreen, wo auch hier die Lieferwege nach Europa beeinträchtigt waren und wir hier in unterschiedlichen Wirtschaftssegmenten dann ein Fehl- und Mangellagen konstatieren konnten. Ich glaube daher, dass es notwendig ist und dass die Ukraine-Krise hier auch ganz klar zum Ausdruck bringt, dass es Europa und der Europäischen Union viel stärker gelingen muss, seine Interessen zu definieren und auch klar zum Ausdruck zu bringen, dass unsere wirtschaftlichen Interessen entsprechend untermauert werden müssen und das deshalb vielleicht, und das mag auch in Österreich nicht immer sehr populär sein, ist auch eines entsprechenden militärischen oder verteidigungspolitischen Backings diesbezüglich bedarf, um hier auch europäische Interessenpolitik entsprechend zu berücksichtigen. Der zweite Punkt ist, ich glaube, wir müssen als Europäer auch beginnen, strategischer zu denken. Wir haben eben viel zu lange in dieser Friedensdividende gelebt und dadurch vielleicht ein wenig vergessen, hier diese Wirkungsketten und Wirkungszusammenhänge besser zu analysieren und auch unsere Wirtschaft und unser Wirtschaftssystem als solches resilienter aufzustellen und damit diese Abhängigkeiten, die sich aus den Interdependenzen ergeben, vielleicht etwas zu vermindern und hier auch in Europa, gerade mit Blick auf kritische Industrie, den einen oder anderen, die eine oder andere Produktion und Sparte quasi wieder selbst aufzunehmen, um hier auch autarker als Europäer generell zu werden. Ich glaube, die zehn Minuten nicht zu sehr zu sprengen. Gerade die Ukraine-Krise bringt uns deutlich vor Augen, wie sehr wir vielleicht auf den ersten Blick nur als regionale Konflikte analysierte Situationen und sicherheitspolitische Herausforderungen, wie sehr ein derartiger regionaler Konflikt auch Auswirkungen auf andere Regionen dieser Welt zeigt. Ich habe in diesen zehn Minuten noch nicht einmal angesprochen, die Konsequenzen, die sich daraus auch für die österreichische Bevölkerung auch mit Blick auf Nahrungsmittelzulieferungen, Rohstoffpreise, Energiepreise hier heraus schließen. Ich glaube, es muss uns eben daher gelingen, einerseits festzuhalten, was sind für uns die strategisch relevanten Märkte, wie gelingt es uns auch als Europäische Union und als Österreich diese Märkte entsprechend so abzusichern, dass sie auch krisenfähig und krisenresistent sind. Wenn uns das nicht gelingen wird und wenn wir als Europäer auch weiterhin davor zurückscheuen, klar unsere Interessen auch auszusprechen, dann wird es schwer für uns sein, in diesem globalen Kontext, in diesem globalen Wettbewerb, in dem wir uns befinden, weiterhin noch die strategische Relevanz auszuweisen, die wir gerne uns selber einreden und die vielleicht in anderen Regionen dieser Welt als solches nicht mehr angesehen wird. Damit, Herr Kerr, ich glaube, ich habe meine 10 Minuten ausgefüllt und darf wieder zu Ihnen zurückgehen. Dankeschön. Herr Dr. Kühnert, bitte. Entschuldigung, Sie haben... Ja, herzlichen Dank, Herr Dr. Kammel, für diese Tour de Force. Ich darf alle Teilnehmer anregen, die Chatfunktion für Fragen zu nutzen und würde jetzt mein Moderatorenprivileg vielleicht für eine Frage Herr Dr. Kamm nutzen. Sie haben erwähnt, die beispiellose Friedensphase, in der wir seit Ende des Kalten Krieges waren und wo sich letztlich Lieferketten und Rohstoffstrategien letztlich in Folge privaten Handels ergeben haben. Jetzt ist es so, dass Russland gerade mit der Offensive im Donbass begonnen hat. Man liest in den Medien von einem sechsten Sanktionen-Paket ist es fair zu sagen, dass Unternehmen auf absehbare Zeit, mit der sich daraus ergebenden Rechtsumseite auch leben werden müssen. Also, um die Frage kurz zu beantworten, ich gehe davon aus und glaube, es wird keinen überraschen, dass dies der Fall sein wird. Ich glaube aber, einen Punkt, den wir bei all diesen Diskussionen beachten sollten, in der Geopolitik kann man viele Faktoren ändern und beeinflussen. Einen Faktor kann man aber nicht verändern und das fällt oftmals uns Europäern schwer, das ist die Geografie. Ob es uns recht ist oder ob es im Moment gerade sympathisch ist oder nicht, Russland wird uns als Nachbar und als großer Partner auch in dieser schwierigen Situation jetzt weiterhin erhalten bleiben und ich glaube, trotz all dieser Sanktions-Paket, dann verstehen Sie mich bitte nicht falsch, ich bin auch froh, dass die Europäische Union in dieser Hinsicht eine klare Position auch hier eingenommen hat, aber ich glaube, es muss uns auch allen bewusst sein, wie komplementär auch die Wirtschaft einerseits der Russischen Föderation und andererseits der Europäischen Union sind. Ich glaube, wir können uns alle darauf einstellen, dass wir weiterhin mit Restriktionen im Absatzbeirat Zukunft zu rechnen haben werden. Vielen Dank. Danke für Ihre Einschätzung. Vielen Dank, Herr Dr. Kamel, für Ihre Zeit und für den sehr kurzweiligen und interessanten Kurzvortrag. Herr Dr. Könert, Sie haben es zuerst schon gesagt und Stichwort rechtliche Implikationen. Die sind ja mittlerweile täglich in den Zeitungen zu lesen. Wir haben das fünfte Sanktionspaket bekommen. Es ist gar nicht so lange her, jetzt reden wir schon wieder vom sechsten. Wie sieht es in diesem Zusammenhang aus? Ja, das führt mich gleich. Vielen Dank, Herr Dr. Kerbel, für die Einleitung zu unserem Vortrag gemeinsam mit Bernhard Müller. Ich versuche unsere Präsentation zu schälen. Der Westen und die EU als Teil des Westens hat sich zu einer sehr umfassenden wirtschaftlichen Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine entschlossen. Die Rechtsgrundlagen im AEUV und EUV, die räumen der EU da ein sehr breites Ermessen ein. Sanktionen können die Aussetzung und Einschränkung bis hin zur vollständigen Einstellung von Wirtschafts- und Finanzbeziehungen mit Drittländern umfassen. Das ausdrückliche Ziel ist, dass die militärische Aggression Russlands gegen die Ukraine massive Konsequenzen und hohe Kosten nach sich ziehen soll. Und um das sicherzustellen, werden diese Sanktionen laufend verschärft. Es ist so, dass die Verschärfungen so häufig passieren, dass es nicht einfach ist, hier einen Überblick zu bewahren für alle Rechtsunterworfenen. Wir sind jetzt mit dem neunten Stand neunten vierten beim fünften Sanktionenpaket. Und wie wir gerade besprochen haben, ist es wohl nur eine Frage der Zeit, bis es ein sechstes Sanktionenpaket geben wird. Die Rechtsgrundlagen für jene, die es interessiert, und da werde ich sehr kurz sein, die bestehen jeweils immer aus einem Beschluss des Rats auf Basis des EUV und einer zugehörigen Verordnung. Die Verordnung ist für Unternehmen das interessante Rechtsakt, bei der unmittelbar Mitgliedstaaten auch Gilt und Wirkung entfaltet. Die wichtigsten, in der Praxis wichtigsten Bestimmungen finden sich in der Verordnung 833 aus 2014, die, wie Sie sehen, laufend verändert wird. Das ist jene, die insbesondere die Exportverbote, Importverbote und die Bestimmungen betreffend Banken und Versicherungen enthält. Daneben gibt es eine Reihe weiterer Rechtsquellen. Die Verordnung 269 aus 2014 listet inzwischen mehr als 1.100 Personen, Politiker, Oligarchen, deren Vermögen eingefroren ist. Es gibt noch eine Reihe spezieller Sanktionen, betreffend die Besetzung der Krim, Betreffend die Besetzung von Donetsk und Luhansk und auch Sanktionen gegen das frühere Regime der Ukraine, Janukowitsch. Interessant für Unternehmen ist aber natürlich vor allem, was Inhalt dieser Sanktionen ist und wen diese Sanktionen betreffen. Auf den Inhalt wird mein Partner Bernhard Müller noch etwas näher eingehen. Ich möchte eingangs zur Stellung nehmen, wen die eigentlich betreffen. Wichtig ist dabei, dass die Sanktionen der EU, anders als die Sanktionen, die die Amerikaner verhängen, nicht extraterritorial wirken. Sanktionen der EU sollen dem völkerrechtlichen Grundsätzen, dem Territorialitätsprinzip und dem Personalitätsprinzip entsprechen. Und daher gelten sie letztlich auf dem Gebiet der EU. Sie gelten weltweit für Unionsbürger und für juristische Personen aus der EU. Und sie gelten für Geschäfte, die ganz oder teilweise in der EU getätigt werden. Was bedeutet das insbesondere? Das bedeutet insbesondere, dass sie grundsätzlich nicht gelten für russische Tochtergesellschaften von EU-Unternehmen, wenn das Geschäft keinen Bezug zur EU aufweist. Diese russischen Tochtergesellschaften sind ja russische Personen und nicht EU-Personen. Allerdings ist es so, dass ein Bezug zur EU relativ leicht hergestellt werden kann. Ein Bezug zur EU kann unter anderem hergestellt werden, dadurch, dass EU-Staatsbürger für die russischen Tochtergesellschaften handeln. Exportiert zum Beispiel eine russische Tochtergesellschaft eines EU-Unternehmens Güter, die auf einer Liste sind in die EU, dann sind Personen, die für diese russische Gesellschaft, wenn sie EU-Bürger sind, persönlich sanktionsunterworfen und können daher bei Verstößen gegen diese Sanktionen, auch wenn sie für eine russische Gesellschaft formal handeln, persönlich sanktioniert werden. Ebenso kommen ausländische Tochtergesellschaften in den Geltungsbereich der EU-Sanktionen, wenn es konzernintene Zustimmungsvorbehalte gibt. Wenn also eine ausländische Tochtergesellschaft, die nicht in der EU sitzt, für ein Geschäft, das sanktionsbefangen ist, eine Zustimmung der österreichischen Muttergesellschaft braucht, dann greifen die Sanktionen, weil es diesen Zustimmungsvorbehalt gibt. Und die Kommission sagt auch, dass eine Umgehung durch zum Beispiel eine Delegation sanktionsbefangener Geschäfte an eine ausländische Tochtergesellschaft, die an sich nicht den Sanktionen unterlege, dass die ebenfalls eine Umgehung darstellen kann und eine Umgehung demnach auch dann einen Verstoß gegen die Sanktionen auslösen könnte. Das wird vor allem dann der Fall sein, wenn spezifisch Geschäfte, die zuvor von einer österreichischen Gesellschaft vorgenommen wurden, in Zukunft vorgenommen werden sollen von einer Tochtergesellschaft, damit die Sanktionen nicht greifen. Das wäre eine Umgehung nach Auffassung der Kommission und würde daher ebenfalls gegen die Sanktionen verstoßen. Wichtig zum territorialen Geltungsbereich ist auch, dass es bei bestimmten Exportbeschränkungen Genehmigungsmöglichkeiten gibt für den Export an russische Tochtergesellschaften von europäischen, das heißt auch österreichischen Muttergesellschaften. Die sind allerdings relativ versprengt und kompliziert. Es gibt diese Genehmigungsmöglichkeit für Dual-Use-Güter, es gibt sie für Technologie-Güter, sie gilt aber nicht für die sehr lange Liste an Gütern, die nach dem fünften Sanktionenpaket eben vor allem von Exportverboten wurden. Das muss man sich also leider im Detail ansehen. Was sind die Folgen, wenn nun eine Person kommt und gegen die Verbote, auf die wir noch eingehen werden, verflößt? Es gibt strafrechtliche Drohungen. Bei Verboten gibt es eine Strafbarkeit nach dem Außenwirtschaftsgesetz von bis zu drei Jahren. Bei bestimmten Rechtsgeschäften, das betrifft wohl vor allem Banken, die Zahlungsmittel und Wertpapiere betreffen, gibt es eine Sonderstrafdrohung im Devisengesetz. Da kann eine Freiheitsstrafverbot bis zu einem Jahr drohen. Und nach dem Sanktionengesetz gibt es quasi einen Auffangtatbestand, der ebenfalls eine Strafdrohung von bis zu einem Jahr vorsieht. Die Strafbarkeit entfällt nach den Sanktionen, wenn das Unternehmen nicht wusste und auch keinen vernünftigen Grund zur Annahme hatte, dass ihr Handel gegen die Sanktionen verstößt. Das bedeutet eine quasi Due Diligence Pflicht für Unternehmen zu prüfen, ob Geschäfte, die sie eingehen, nach den Sanktionen zulässig sind. Und die Kommission empfiehlt hier auch Schritte zur Vermeidung von der Haftung. Ein Beispiel für eine solche Vermeidung wäre, in einem Liefervertrag über sanktionsbefangene Güter in ein Land, das nicht Russland ist, eine Klausel aufzunehmen, die dem Kunden den Weiterexport nach Russland verbietet. In dem Fall kann man natürlich sicher gehen, dass man den Sanktionen entspricht und dass auch keiner auf die Idee kommt, dass man hier ein Umgehungsgeschäft geschlossen hat, um über ein Drittland nach Russland zu liefern. Neben diesen strafrechtlichen Folgen gibt es auch zivilrechtliche Folgen. Die Sanktionen erklären die Erfüllung aller Ansprüche im Zusammenhang mit verhängten Maßnahmen für verboten, soweit sie von russischen Personen oder Gesellschaften geltend gemacht werden. Erfasst ist dabei nicht nur der Anspruch auf Vertragserfüllung, sondern auch Schadenersatzansprüche, Ansprüche aus Garantien etc. All diese Ansprüche dürfen nicht erfüllt werden. Klagt eine Person einen solchen Anspruch ein, dann trägt sie die Beweislast, dass die Erfüllung nicht verboten ist. Sie kommt also zu einer Beweislastunkehr. Das bedeutet im ersten Schritt einmal natürlich für ein österreichisches Unternehmen nicht so viel, weil nur die Geldentmachung von Russen letztlich nicht funktioniert, der Anspruch also von einem Russen nicht durchsetzbar ist. Nach zivilrechtlichen Grundsätzen hat das aber natürlich insbesondere bei Hauptleistungspflichten zur Folge, dass nach dem Zug-um-Zug-Prinzip der Russe im Gegenzug auch nicht leisten wird. Man ist dann also in einem Limbo, einer Art fehlender Durchsetzbarkeit auf beiden Seiten des Rechtsgeschäfts, wo man sich unter anderem die Frage stellen kann und manchmal auch sollte, ob man aus dem irgendwie rauskommt. Und dafür ist natürlich insbesondere interessant, ob der Vertrag zum Beispiel über eine Fonds majeure, also eine höhere Gewaltklausel, den Parteien es ermöglicht, aus dieser Leistungspflicht herauszukommen. Soviel zu den Rechtsfolgen und damit übergebe ich zum Inhalt meinem Partner Bernhard Müller. Dann setze ich fort. Welche Sanktionen gibt es? Welche Sanktionen gibt es überhaupt? Also zunächst ein Militärgüter-Embargo, das ist jetzt aus österreichischer Sicht wohl nicht der bedeutendste Teil aufgrund unserer sehr überschaubaren bzw. nicht vorhandenen Rüstungsindustrie. Wesentlich sind aber eine Vielzahl von sektoralen güter- und dienstleistungsbezogenen Beschränkungen, die insbesondere durch das von Heinrich Kühnert bereits erwähnte fünfte Sanktionenpaket und die darin enthaltene Güterliste sehr umfangreich erweitert wurden. Wenn man die Beschränkungen einteilt, hat man exportbezogene Verbote, importbezogene Verbote und weitere sektorale Geschäftsverbote. Ein ganz wesentlicher Punkt natürlich auch die Beschränkung des EU-Kapital- und Finanzmarkts sowie des Zahlungsverkehrs, zu der Bernhard Egger dann noch etwas sagen wird. Und es gibt auch noch sonstige Beschränkungen, etwa im Bereich der Visa und Ähnliches. Wenn wir jetzt auf die sektoralen güter- und dienstleistungsbezogenen Exportbeschränkungen schauen, dann sehen wir hier einerseits die Dual-Use-Güter, die Technologiegüter. Dual-Use-Güter sind Güter mit doppeltem Verwendungszweck, also Güter, die sowohl einer zivilen als auch einer militärischen Verwendung zugeführt werden können und man daher eben sozusagen nicht wollte, dass die künftig in die Russische Föderation exportiert werden. Erweitert wurde diese Dual-Use-Güterliste, da gibt es nämlich eine Dual-Use-Güterverordnung mit einer sogenannten Güterliste, die sehr, sehr lang ist, wo die einzelnen Produkte, also Güter und Software, Hardware und andere Dinge, die der Dual-Use-Regelung unterliegen, aufgeführt sind. Diese Liste wurde erweitert schon mit dem ersten Sanktionenpaket durch eine Vielzahl von Technologiegütern. Da geht es eben um Elektronik, Rechner, elektronische Baugruppen, Telekommunikation, Informationssicherheit, Sensoren, Lasertechnik, Cybersicherheit, Luftfahrttechnik, Navigationseinrichtungen etc. Also schon ein sehr, sehr weitreichendes Verbot. Und unter diese Technologiegüter fällt zwar nicht eine Standardsoftware, aber bereits sophistischere Software und Hardware, wie sie in jeden oder in vielen Konzernen, etwa beispielsweise in der Produktion, eingesetzt wird, kann unter dieses Technologiegüter-Exportverbot fallen. Das heißt, das Technologiegüter-Exportverbot ist wirklich etwas, was für sehr, sehr viele Unternehmen, insbesondere auch für jene, die doch der Gesellschaften in Russland haben, von Bedeutung sein kann, weil sich dann die Frage stellt, inwieweit kann man künftig Support aus Österreich für diese Gesellschaften erbringen, wenn es um derartige Technologien geht. Denn das Exportverbot, und zwar ganz generell das Exportverbot, umfasst nicht nur rein den Export des Gutes, sondern auch die technische Hilfestellung. Das ist zum Beispiel eben die Wartung des Gutes, der Zusammenbau. Es umfasst die Finanzierung, es umfasst vielfach die Versicherung dieser Güter und es umfasst die sogenannten sonstigen Dienste. Ein Begriff, der laut Auslegung der Europäischen Kommission sehr, sehr weit zu verstehen ist und wo sogar Logistikdienstleistungen wie der Transport unter bestimmten Voraussetzungen darunter fallen können. Ölexploration, Ölraffination, da gibt es auch weitreichende Exportverbote im Bereich Luftfahrzeuge, Raumfahrzeuge oder wenn es sich um Teile davon handelt, bei den Luftfahrzeugen fallen sämtliche Luftfahrzeuge darunter. Das heißt, abgesehen von der Luftraumsperre, beispielsweise nicht nur der Verkauf, sondern eben auch die Wartung, die Reparatur, die Garagierung, die Bedankung von Luftfahrzeugen, die eben sozusagen im Eigentum einer natürlichen oder juristischen Person mit Sitz in Russland stehen oder die zur Verwendung in Russland bestimmt sind. Güter und Technologie in der Seeschifffahrt, dann bestimmte Luxusgüter, darf man auch nicht mehr nach Russland exportieren. Und der letzte Bullet Point ist diese umfassende Güterliste. Das ist diese bereits vorwähmte Güterliste, die mit dem fünften Sanktionenpaket gekommen ist und die, wie Sie hier sehen können, eine Vielzahl von Waren, da gibt es einen eigenen Anhang zur Verordnung, eine Vielzahl von Waren, einem Exportverbot unterwirft. Also Holz, Papier und et cetera, et cetera. Also Güter, die weder eine besondere Nähe zur Technologie noch zum Verteidigungsbereich haben, fallen unter dieses Exportverbot. Und Heinrich Künert hat es anfangs schon erwähnt, es gibt ja Ausnahmen vom Exportverbot für bestimmte Güter, das heißt bestimmte Dinge, die generell ausgenommen sind und bestimmte Dinge, wo man eine Genehmigung bekommen kann. Insbesondere im Bereich der Dual-Use-Güter und der Technologie-Güter. In diesen Bereichen sind nämlich auch bereits erwähnt, ist die Ausfuhren an Tochtergesellschaften in Russland, also eine österreichische Muttergesellschaft, eine russische Tochter, kann man bei Dual-Use-Gütern und Technologie-Gütern entsprechende Ausnahmen erwirken. Bei der umfassenden Güterliste, die viel, viel weiter und viel, viel relevanter ist, gibt es diese Ausnahme nicht. Importbezogene Verbote haben wir ebenfalls eine Güterliste, die sehr, sehr umfassend ist und das Importverbot für Kohle und andere feste fossile Brennstoffe. Die Betonung liegt auf fest. Für den Öl- und Gasembargo konnte sich die Europäische Union bis dato nicht durchringen und beschränkt ist auch der Import von Eis- und Stahlerzeugnissen aus Russland. Ja, weitere sektorale Geschäftsverbote, da gibt es die sogenannten Personenlisten, das sind jetzt nicht jene Personen, die Heinrich Künert schon erwähnt hat, deren Assets eingefroren werden, sondern hier geht es darum, dass bestimmte Transaktionen, bestimmte sozusagen sanktionsrelevante Transaktionen mit gelisteten Personen und Unternehmen, das sind insbesondere Unternehmen, die dem russischen Staat, der russischen Verteidigungsindustrie, die der Verteidigungsforschung nahestehen, dass hier wirtschaftliche Beziehungen mit diesen Unternehmen nicht oder auch natürlichen Personen nicht unterhalten werden dürfen. Ausnahmen gibt es nur für, es gibt Ausnahmen im Bereich der sektoralen Geschäftsverbote für Transaktionen, die für den Kauf die einfache Beförderung von fossilen Brennstoffen mittlerweile nur mehr sozusagen nicht feste fossile Brennstoffe unbedingt erforderlich sind, weil ursprünglich war der Import von Kohle und diese Dinge auch noch erlaubt. Dann wurde mit dem fünften Sanktionenpaket auch der Zugang zu den EU-Häfen und der Gütertransport sehr, sehr stark limitiert und last but not least bestimmte treuhändische Dienstleistungen für russische Treugeber und Begünstigte eingeschränkt. Die sonstigen Beschränkungen, die es gibt, ja, die Visabeschränkungen, die Luftraumsperre für russische Luftfahrzeuge, die allerdings nicht exekutiert wird, unter Anführungszeichen nicht überwacht wird. Es muss sich zwar jeder Flug bei Eurocontrol anmelden und wenn sich jetzt ein russisches Flugzeug anmelden würde, dann kann hier der Zugang zum EU-Luftraum verwehrt werden. Schwieriger wird die Überprüfung schon, wenn das Luftfahrzeug in der Europäischen Union registriert ist, aber im Hintergrund von Russen kontrolliert wird, nämlich auch dafür gilt die Luftraumsperre. Die Ausdruckkontroll und die Flughäfen müssen sich letztlich darauf verlassen, dass Eurocontrol diese Luftraumsperre effektuiert, durchsetzt und auch kontrolliert, weil sie selbst hier kaum einen Einfluss darauf haben. Es wurden Rundfunklizenzen beschränkt bzw. entzogen und es gibt Ausstallungsverbot für bestimmte russische Medien. Es gibt Einschränkungen im Vergaberecht und man darf sozusagen öffentliche finanzielle Unterstützung für Russland ist verboten. Der Ausschluss aus EU-Programmen und nationalen Programmen ebenfalls sanktioniert. Genehmigungsverfahren, ich habe es schon erwähnt. Der Schwerpunkt oder die Betonung liegt, gibt es nur bei Dual-Use oder weitreichende Ausnahmen, so muss man es korrekt sagen, gibt es nur bei Dual-Use-Gütern und Technologie-Gütern, nicht eben bei den Gütern von der sozusagen Güterliste. Hier gibt es wirklich nur eine sehr, sehr eingeschränkte und enge Ausnahme, die für Unternehmen letztlich kaum relevant sein wird, wie humanitäre Zwecke, diplomatischer Dienst oder ähnliche Dinge. Aber bei Dual-Use und Technologie-Gütern hat man einerseits die Altvertragsausnahme. Die Altvertragsausnahme gibt es auch für andere Bereiche. Das bedeutet im Wesentlichen, dass Verträge, die vor Inkrafttreten des Sanktionsregimes geschlossen wurden, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt bei Dual-Use und Technologie-Gütern ist es der 1. Mai 2022. 2022. Da kann man Ausnahmen für Altverträge bekommen und man kann eben Ausnahmen auch für andere Verwendungen bekommen, wie etwa wenn es sich um Software-Updates handelt, wenn es sich um Angelegenheiten der Cybersicherheit handelt, medizinische und pharmazeutische Zwecke wird und eben, wie bereits mehrfach erwähnt, wenn es um russische Tochtergesellschaften von EU-Unternehmen gibt. Eine Untersagung der Ausnahme wird immer dann erfolgen, wenn ein Verdacht auf militärische Endverwendung oder einen militärischen Endverbraucher besteht. Es ist eine einzelfallspezifische Entscheidung und bereits erteilte Ausfuhrgenehmigungen, die sozusagen können für ungültig erklärt werden, beziehungsweise sind und können ungültig sein, können ausgesetzt, abgeändert, zurückgenommen oder widerrufen werden, insbesondere wenn der Verdacht einer militärischen Endverwendung oder eines militärischen Endverbrauchers besteht. Ein informelles Vorabgenehmigungsverfahren gibt es nicht. Es ist auch im Moment nicht sehr zielführend, hier Kontakt mit der Exportkontrollabteilung des Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort zu führen, weil Sie können sich vorstellen, dass dort hunderte Anfragen pro Tag hereinkommen und die Exportkontrolle bemüht sich nicht gemeinsam mit der Europäischen Kommission Fragen zur Auslegung zu beantworten, aber sozusagen informelle Vorabprüfungen und ähnliche Dinge scheitern einfach letztlich im Moment an den Ressourcen. Das heißt, es liegt sehr viel Verantwortung bei den einzelnen Unternehmen, die dann eben für sich selbst prüfen müssen. Einerseits fällt dieses Gut unter eine Güterliste, ist es ein sanktioniertes Gut. Da gibt es eben einerseits die sehr lange Dual-Use-Güterliste, wo sehr, sehr viele Güter, die eben nicht prima facie verteidigungsnah wirken. Das können auch Werkstoffe sein, Metallwaren, Telekommunikationseinrichtungen etc. sind dort enthalten. Und da ist es mitunter schwierig, eine Güterklassifizierung selbst vorzunehmen. Da hilft das TARIC-System der EU-Kommission. Die Ausnahmebestimmungen, die Sanktionen bzw. Strafbestimmungen hat Heinrich Kühnert schon gesagt und die Prüfung, Beschränkung der Sanktionsprüfung auf das tatsächlich Mögliche. Da vielleicht noch einen Satz dazu. Da geht es darum, dass man eben zwar die Due Diligence, die Heinrich Kühnert gesagt hat, machen muss, aber es ist nichts sozusagen Unmenschliches oder nicht Leistbares gefordert. Super, herzlichen Dank. Danke Dr. Müller, danke Dr. Kühnert. Das waren wirklich sehr, sehr interessante Ausführungen. Auch sehr, sehr, sehr umfassende Ausführungen, wie die Sanktionen sind. Ich habe mir eigentlich im Vorfeld schon einmal so ein paar Fragen überlegt, die mich wirklich interessieren würden. Jetzt haben wir das Problemsitz alles beantwortet worden. Vielleicht noch einmal zu meinem Verständnis. Weil wir häufig die Konstellation auch haben, österreichisches Stammhaus, russisches Doktorunternehmen. Da hätte ich verstanden, ist insbesondere natürlich das Genehmigungsverfahren ein Thema für Dienstleistungen, für Güter. Gibt es abseits von dem noch wesentliche Themen, die zu beachten sind als österreichisches Unternehmen? Ja, vielleicht ein Punkt noch angesichts der fortgeschrittenen Zeit, den Heinrich Kühnert auch schon erwähnt hat. Worauf ich auch immer aufpassen muss ist, wenn EU-Bürger, also insbesondere Österreicher im Management der russischen Tochtergesellschaft sind. Die russische Tochtergesellschaft selbst ist ja nicht an das EU-Sanktionenrecht gebunden, logischerweise, weil sie eine russische Gesellschaft ist. Aber wenn der Vorstand der Geschäftsführer dort Österreicher sind, dann gelten für die die Sanktionen auch außerhalb der Europäischen Union. Das heißt, Papier steht zum Beispiel auf der Güterliste. Für Papier gibt es keine automatische Ausnahme für Tochtergesellschaften. Wenn ich jetzt nur eine russische Gesellschaft habe, darf die natürlich Papier aus China wo auch immer kaufen. Wenn diese Gesellschaft einen österreichischen Geschäftsführer hat, dann darf sie das Papier aus China nicht kaufen, um es in Russland zu verarbeiten. Oder ja, das ist dann verboten. Das heißt, die Nationalität der Geschäftsführer als EU-Staatsbürger triggert eine Ausweitung des Sanktionenregimes auch auf russische Gesellschaften. Vielen Dank. Vielen Dank hierfür. Wenn ich darf, würde ich vielleicht mit ein paar wirklich sehr, sehr kurzen steuerlichen Implikationen anschließen. Ich würde mich wirklich nur auf ein paar kurze Highlights zurückziehen und maximal fünf Minuten Ihrer Zeit hier in Anspruch nehmen, weil mir natürlich bewusst ist, das Steuerrecht ist hier insbesondere nicht der zentrale Themenschwerpunkt. Im Idealfall sollten Sie die Präsentation schon sehen können in aller Kürze. Ja, also wirklich nur fünf Minuten. Dann kommen wir zu den interessanteren Themen zurück. Auswirkungen auf österreichische Unternehmen. Schauen wir uns das ganz kurz an. Wir haben es genannt steuerliche Themen, aber ich würde eigentlich ganz gerne mit einem bilanziellen beginnen. Ich würde Sie da auch nur wirklich gerne darauf hinweisen, dass es das gibt. Ja, wirklich in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit hier gar nicht allzu viel durchgehen, sondern wirklich nur die Key Topics rausgreifen. Ja, bitte beachten bei der Unternehmensberichterstattung, sprich Jahresabschlusserstellung, Erstellung von Quartalsberichten. Auswirkungen zusammengefasst in einer aktuellen Aufragstellungnahme vom April 2022. Das ist jetzt so keine große Überraschung, weil im März 2021 gab es eine Aufragstellungnahme zu den Folgen der Pandemie. Die Ideen und Aussagen sind im Wesentlichen relativ gleichlautend. Man hat es hier nur in eine eigene Stellungnahme gegossen, die man halt natürlich hier bei Bedarf entsprechend erweitert. Vom Stil her ist es wieder ein Q&A-Stil und nach unten gut erweiterbar. Den wesentlichen Inhalt finden Sie hier, habe ich Ihnen mal hier zusammengestellt. Die wesentliche Aussage oder das, was glaube ich zentraler Bestandteil und was wichtig ist, auch in der Literatur schon entsprechend thematisiert wurde. Naja, ist denn dieser Angriffskrieg ein werterheilendes oder wertbegrünendes Ereignis aus Sicht eines bilanzierenden Unternehmens, das den Jahresabschluss hier beispielsweise zum 31.12.2021 aufstellt? Ja, klare Aussage der AFRAG in diesem Zusammenhang, wenig überraschend. Naja, wahrscheinlich am 31.12.2021 müsste man annehmen, es ist ein wertbegrünendes Ereignis. Warum? Weil er erst nach dem Abschlussstichtag effektiv ausgebrochen ist. Also am 24. Februar in der Früh hat es ja den russischen Angriff gegeben. Und insofern ist es jetzt einmal nicht geboten, die Auswirkungen unmittelbar im Jahresabschluss. Zu berücksichtigen, ja, das Stichtagsprinzip. Insofern klar, was ich aber natürlich jedes Unternehmen schon hinterfragen muss, ja, ist die Frage, ist Going-Konzern? Ja, auch eine Bewertungsprämisse in 201 UGB. Ist Going-Konzern noch angemessen? Darf ich das noch machen? Macht das überhaupt noch Sinn? Ja, und von daher, ich habe in einem Beispiel hier ein paar Varianten, was so alles passieren könnte, um Going-Konzern kritisch zu hinterfragen. De facto natürlich aktualisieren von Unternehmensplänen, Finanzplänen, Fortbestandsprognose. Denn wenn Going-Konzern bei der Bewertung des Jahresabschlusses nicht mehr gegeben ist, ist der Jahresabschluss grundsätzlich zu Liquidations-Schrägstrich-Zerschlagungswerten aufzustellen. Ein ganz kurzes anderes Beispiel noch zum Thema, wie gehe ich denn steuerlich mit einer außerplanmäßigen Beteiligungsabschreibung um? Hier einfach vom Sachverhalt österreichisches Unternehmen, ausländische Tochtergesellschaft, muss jetzt keine russische sein, ja, kann ja auch eine andere Gesellschaft sein, die im Rahmen der Lieferkette hier entsprechende Mitleidenschaft gezogen wird. Grundsätzlich im UGB wird eine außerplanmäßige Abschreibung vorgenommen. Die Frage ist gut, was machen wir denn hier im inländischen Steuerrecht, ja. Ich habe es hier unterteilt, ich will Ihnen das auch gar nicht lange herunterbeten, ja, dafür ist die Zeit sofort geschritten. Vielleicht nur der kurze Hinweis bei internationalen Schachtelbeteiligungen. Also wenn wir eine Beteiligung in einer ausländischen Gesellschaft haben, haben wir grundsätzlich, oder haben wir den Grundsatz, ja, dass diese Beteiligungserträge, Dividenden, Veräußerungsgewinne de facto steuerneutral gestellt sind, ja. § 10 Absatz 2 KSTG. Generell besteht hier auch eine Möglichkeit zur Steuerpflicht, ja, müsste man aber natürlich im Jahr des Entstehens der internationalen Schachtel ausüben. Jetzt können Sie sich natürlich vorstellen, das macht jetzt kaum ein Unternehmen. Warum? Weil ich ja dann grundsätzlich antizipieren würde, ich habe eine ausländische Tochter, die einen Verlust macht, ja. Weil Beteiligungserträge sind steuerfrei und die sind aber nur dann steuerpflichtig, ja, wenn ich die Option zur Steuerpflicht habe. Und nur noch diese Option zur Steuerpflicht kommt es grundsätzlich auch zu einer steuerlichen Wirksamkeit von Teilwertabschreibungen, ja. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich verweise kurz auf den rechten, orangenen Kasten. Die Kammer hat einen Reformvorschlag hierzu erarbeitet, infolge höherer Gewalt, ja. Die Optionsmöglichkeit auch für bisher nicht optierte internationale Schachtelbeteiligungen zu eröffnen und die Verluste auf sieben Jahre zu verteilen. Das ist derzeit mal ein Vorschlag, weil das Problem ist, ich kann grundsätzlich diese Option, pardon, nur in dem Jahr, in dem die internationale Schachtelbeteiligung entsteht, ausüben. Später nicht mehr. Und von daher ist dieser Vorschlag natürlich sehr zu begrüßen. Wir werden sehen, wie damit in der Frühjahrsligistik umgegangen wird, ja. Wir erwarten das Abgabenänderungsgesetz grundsätzlich mal im Mai im Entwurf und wird man sehen, inwiefern hier flakierende Maßnahmen in diesem Zusammenhang gesetzt werden. Das eben, wie gesagt, bitte nur ein kurzer Hinweis. Das Thema Verrechnungspreise, auch hier nur eine Minute, kurzer Verweis auf die Covid-19-Leitlinie der OECD aus dem Jahr, ich glaube es war Dezember 2020, grundsätzlich auch für die bestehende Krise herzunehmen. Ja, auch hier, und da gehe ich jetzt wirklich sehr schnell drüber, relevant, viele gute Aussagen darin. Sie sehen es hier vielleicht nochmal heruntergebrochen, Sie müssen dieselben Fragen stellen, ja. Unabhängig davon, welche Krise es jetzt tatsächlich ist, wie ist die Funktionsverteilung, wie ist die Risikoverteilung, welche Risiken haben sich vielleicht zwischen Strategieträger, sprich Stammhaus, ja. Und Routinetätigkeit ausführenden Unternehmen, Routineunternehmen verlagert und müssen hier gegebenenfalls auf Basis von dem eine Neubewertung vornehmen. Insbesondere natürlich überlegen bei Einmalkosten und insbesondere eine Neubewertung, wenn die Änderungen von Dauer sind. In aller Kürze noch ein paar Worte zu spenden. Das BMF hat es ja auch im März nochmal gut klargestellt und die Frage war ja, naja, wie geht man hier generell mit Spenden um, ja. Also mit Geldspenden, mit Sachspenden und damit mehrere Beispiele. Ich glaube, generelle Unterscheidung und was wichtig ist zu sagen, die Spenden für die Ukraine sind definitiv Katastrophenhilfen, hat auch das BMF hier nochmal klargestellt. Es geht hier in Form von kriegerischen Auseinandersetzungen, Flüchtlingskatastrophen schnell und unbürokratisch zu helfen. Und das, was das ESDG-KSDG grundsätzlich so nicht kennt, ja, in seiner DNA, das sind eigentlich, das ist die Überlegung zu sagen, Spenden sind Betriebsausgaben. Und das ist eben hier mit Deiografie Absatz 4, Ziffer 9, ja, für Katastrophenhilfen der Fall. Der große Vorteil ist, es ist unabhängig davon steuerlich abzugsfähig, wem die Spende gegeben wird. Sind das ausländische Familien, sind das ausländischen Personen, sind das in- oder ausländische Organisationen, ja. Wenn damit eine gewisse Werbewirksamkeit verbunden ist und auch die wird nach BMF-Info eher generös ausgelegt. Ja, kurzer Hinweis auch noch, die Spenden sind hier betraglich nicht limitiert, ja. Das heißt, sie können sogar im Betriebsvermögen zu einem Verlust führen. Rechter Teil davon, 4a ESDG, da sind sie kein Betriebsausgabenabzug, ja. Also die sind determiniert, wenn es jetzt eben nicht für Katastrophenhilfen sind, ist es ein eigener Abzugsposten. Das ist ein Sonderposten bei einer Einkunftsermittlung, aber grundsätzlich keine Betriebsausgabe. Großer Nachteil, sie können sich grundsätzlich nur auf die Institutionen beziehen, die im § 4a ESDG angeführt sind bzw. Spendenliste beim BMF. Und sie sind auch betraglich limitiert. Also summa summarum vom Unternehmen geleistete Spenden für Katastrophenhilfen sicherlich ein großer Vorteil. Sie sind frei bei der Auswahl, sie können es betrieblich geltend machen, brauchen eine gewisse Werbewirkung. Aber ich denke, die wird sich gut erziehen lassen. In diesem Sinne bin ich jetzt hier gleich durch und stehe für allfällige Fragen natürlich jederzeit gerne zur Verfügung. Vielen Dank, Herr Mag. Kerbel. Das zeigt, dass neben den unmittelbaren Rechtsfolgen von Sanktionen man noch einen Wust an Folgeproblemen natürlich mitdenken muss. Ich hätte eine Frage, die vielleicht stärker den privaten Bereich betrifft als den unternehmerischen, den Sie jetzt beleuchtet haben. Es gibt ja eine Reihe von Österreichern und Österreicherinnen und Österreichern, die sich zum Glück breit erklärt haben, auch Flüchtlingen ihre Wohnung unentgeblich zu überlassen. Wie ist denn das steuerlich richtig zu betrachten? Ja, das ist eigentlich eine sehr interessante Frage und gleichzeitig auch wieder sehr diffizil. Vielleicht kurz im privaten Bereich haben wir leider nur die steuerliche Absetzbarkeit von Geldspenden. Ja, also insofern ist hier die unentgeltliche Überlassung von Wohnraum nicht als Sachspende im Rahmen von Sonderausgaben abzugsfähig. Denkt man wieder im unternehmerischen Bereich ist natürlich die Frage und ich glaube, da muss man sehr auf die Abgrenzung aufpassen. Ist es jetzt noch ein Prekarium oder ist es dann de facto ein Mietvertrag, insbesondere wenn nicht nur verbrauchsabhängige, sondern auch einmalige Kosten übernommen werden, wie zum Beispiel eine Grundsteuer oder eine Hausverwaltung? Ja, also ich denke, das wird dann rechtlich immer diffiziler. Grundsätzlich die steuerliche Absetzbarkeit für beispielsweise fiktiv entgangene Miete ist jetzt hier also nicht vorgesehen. Zum einen müssen wir natürlich auch sagen, wenn das Unternehmen, das sonst viele Wohnungen vermietet, hier eine Flüchtlinge zur Verfügung stellt, fällt sowieso die Miete weg. Ja, also ist insofern auch kein Ertrag hier zu verbuchen. Vielen Dank. Ja, dann würde ich, da ich im Chat keine weiteren Fragen sehe, Herrn Dr. Egger bitten, uns zu erläutern, was das Ganze für die österreichischen Banken insbesondere bedeutet. Sehr gerne. Grüß Gott auch von meiner Seite. Ich habe jetzt meinen Bildschirm geteilt. Sie müssten die Präsentation schon sehen. Ja, also es freut mich hier kurz. Ich werde mich bemühen, mich an die zehn Minuten Vorgabe zu halten über die Finanzsanktionen und die Auswirkungen auf die österreichischen Banken zu referieren. Danke für die Einladung. Wie Sie wissen, gibt es bereits seit 2014 eingeschränkte Finanzsanktionen gegen Russland, seit der Krim-Annexion, insbesondere das Verbot der langfristigen Refinanzierung für russische Großbanken am EU-Kapitalmarkt. Deshalb konnten sich auch die Sperrbank und die VTB Bank Konzernmütter in Russland schon seit 2014 mit Wertpapieren mit einer Laufzeit über 30 Tagen über den EU-Kapitalmarkt nicht mehr refinanzieren. Für die EU-Töchter dieser Banken, die mittlerweile bekanntlich in Abwicklung sind, gab es jedoch Ausnahmen. Und mittlerweile sind aber alle wesentlichen russischen Banken komplett vom EU-Kapitalmarkt abgeschnitten. Das heißt, auch Refinanzierungen mit Laufzeit unter 30 Tagen sind verboten. Ausnahmen gibt es für EU-Töchter weiterhin, betrifft Österreich aber nicht, weil die Sperrbank bereits ein Einlagensicherungsfall ist. Bekanntlich sind durch den Überfall auf die Ukraine am 24.02. die Finanzsanktionen wesentlich verschärft worden. Die Finanzsanktionen sind bisher beispiellos. Das heißt, man kann es auch nicht vergleichen mit den Sanktionen gegen den Iran. Klarerweise wegen der wirtschaftlichen Verzahnung mit Russland. Durch die Sanktionen wurde der Zugang Russlands, insbesondere Zentralbank und bestimmter Banken, wie gesagt, auch für kurzfristige Refinanzierungen der Zugang zum EU-Kapitalmarkt unterbunden. Zudem gibt es eine Reihe an anderen weiteren Maßnahmen, insgesamt 13. Es gibt zum Beispiel einen Ausschluss einiger russischer Banken aus dem Kommunikationsnetzwerk SWIFT, was für den internationalen Zahlungsverkehr sehr wichtig ist. Es gibt ein Zurverfügungsstellungsverbot von Euro-Banknoten an russische Staatsbürger sowie ein Verbot der Entgegennahme von Bankeinlagen von mehr als 100.000 Euro. Und es gibt auch ein Verbot des Verkaufs von EU-Wertpapieren, wenn sie nach dem 12. April begeben wurden an russische Staatsbürger. Die geltenden EU-Finanzsanktionen, es wurde schon von Herrn Kühnert vorhin referiert, finden Sie in den beiden Verordnungen, die ich hier angeführt habe. 8.33, 2.14 in der gültigen Fassung wurde natürlich jetzt auch schon fünfmal novelliert. Da sind die materiellen Sanktionsbestimmungen, die materiellen Finanzsanktionen enthalten und in der Verordnung 2.6.9 aus 2.14 die gelisteten Personen und Unternehmen. Das betrifft derzeit 80 Unternehmen und circa 1090 Personen. Kommen wir zu den, etwas mehr im Detail zu den einzelnen Sanktionsbestimmungen. Ganz herausragend ist der Zahlungsverkehr und hier das WIFT-Ausschluss von derzeit sieben russischen Banken. Das gilt seit 12. März 2022. Ich habe Ihnen die Banken angeführt. Insbesondere ist die VTB-Bank davon betroffen, die zweitgrößte russische Bank mit einem Marktanteil von circa 16 Prozent in Russland. Darüber hinaus sind diese sieben Banken mit einem insgesamt Marktanteil laut EU-Kommission von 23 Prozent auch durch Verordnung 2.6.9 gelistet. Das heißt, sie sind nicht nur von SWIFT ausgeschlossen, sondern sie unterliegen auch einem Asset Freeze in der EU und es ist jegliche Geschäftstätigkeit mit diesen Banken untersagt. Generell kann man zum Zahlungsverkehr sagen, dass der mit Russland nach wie vor funktioniert. Am Anfang gab es vereinzelt Schwierigkeiten wegen der Prüfung der Sanktionslage. Das hat manchmal ein paar Tage gebraucht. Aber es ist auch grundsätzlich zu sagen, dass ein Ausschluss von SWIFT allein bedeutet noch nicht, dass kein Zahlungsverkehr möglich ist, wenn man auf der Gegenseite in Russland eine Korrespondenzbank hat, die nicht sanktioniert ist. Mittlerweile sind aber diese sieben von SWIFT ausgeschlossenen Banken auch gelistet. Anfang März waren davon nur drei gelistet. Prinzipiell ist es aber natürlich so, dass der Ausschluss von SWIFT den Zahlungsverkehr wesentlich langsamer und aufwendiger macht. Es ist aber schwer zu sagen, wie es hier weitergehen wird. Laut der EU-Kommissionspräsidentin wird bereits an einem SWIFT-Ausschluss der Sperrbank gearbeitet. Das ist die größte Bank mit alleine über 37 Prozent Marktanteil in Russland. Vielleicht noch ein Satz. Es ist aber zumindest nicht damit zu rechnen, dass die Gaspom-Bank von SWIFT ausgeschlossen wird, auch wenn andere Banken von SWIFT ausgeschlossen werden, weil die Gaspom-Bank besonders bedeutend ist für die Abwicklung des Öl- und Gashandels. Damit kommen wir zu einer weiteren Sanktionsmanlage, die für die Banken gerade in der Praxis am Anfang etwas schwierig war, jedes Detail genau zu erfassen. Es ist verboten, Bankkontoeinlagen von mehr als 100.000 Euro für russische, juristische und natürliche Personen in Österreich entgegenzunehmen. Das gilt auch für andere Währungen, wenn sie den Wert von 100.000 Euro übersteigen. Es gibt aber eine Ausnahme. Dieses Verbot gilt nicht für russische Staatsbürger, für die einen aufrechten Aufenthaltstitel in der EU im EWR und in der Schweiz haben, jedoch nicht im UK. Es gibt für die russischen Einlagen über 100.000 Euro eine Meldepflicht in der EU an die zuständigen Behörden in Österreich, an die ÖNB. Bis 27. Mai ist hier eine Liste der 100.000 Euro übersteigenden Einlagen von russischen Staatsangehörigen oder in Russland ansässigen natürlichen Personen und niedergelassenen juristischen Personen zu übermitteln. Wesentlich ist hier, dass unabhängig davon, ob sie in der EU einen aufrechten Aufenthaltstitel haben, diese Meldepflicht gilt. Das heißt, es sind alle russischen Gelder über 100.000 Euro an die ÖNB zu melden, auch von Russen, die beispielsweise mittlerweile einen sogenannten goldenen Pass haben. Also eine EU-Staatsbürgerschaft zum Beispiel von Zypern. Und am 8.04. wurde das Verbot der Entgegennahme von Einlagen über 100.000 Euro auch auf den Rüptobereich ausgedehnt. Noch kurz ein paar Einzelfragen zum Einlagenverbot. Es gibt ein paar Ausnahmen, die sehr wesentlich sind für die Praxis. Einerseits sind Erlöse aus einem Wertpapierverkauf, die auf einem Verrechnungskonto verbucht werden, ausgenommen. Also auch dann, wenn sie 100.000 Euro diese Grenze reißen. Das Gleiche gilt auch für Dividendenzahlungen, die auf einem Konto verbucht werden. Es gibt hier eine Ausnahmebestimmung im Artikel 5b, den ich hier angeführt habe. Und eine wesentliche Frage ist auch immer die Prüfung des wirtschaftlichen Eigentümers. Konten, hinter denen ein russischer Staatsbürger bzw. eine in Russland niedergelassene natürliche Person stehen, fallen ebenfalls unter das Verbot, sofern nicht eine Ausnahme greift. Das heißt, Wohnsitz im EWR bzw. in der Schweiz. Und zusätzlich braucht man auch eine indirekte oder direkte Kontrolle über 50 Prozent. Und es gibt auch Ausnahmen, wenn ein russischer Staatsbürger zusammen mit einem EU-Bürger Unternehmensanteile hält. Zusätzlich ist es natürlich auch möglich, dass die ÖNB hier generell gewisse Ausnahmen genehmigen kann, wobei sie, sofern ich weiß, wie recht restriktiv vorgeht. Prinzipiell ist es so, wenn mehrere wirtschaftliche Eigentümer vorliegen, von denen einer ein EU-Bürger ist und einer ein russischer Staatsbürger, dann greift die Ausnahme. Das Gleiche gilt auch bei zum Beispiel Gemeinschaftskonten von russischen Staatsbürgern und EU-Bürgern. Diesfalls gilt die 100.000-Euro-Schwelle nicht, weil sonst ja, wenn hier auch ein EU-Bürger beim Gemeinschaftskonto Kontoinhaber ist, dann würde ja auch der EU-Bürger auch sanktioniert werden. Und die Sanktionierung eines EU-Bürgers ist von den Sanktionen nicht intendiert. Aber man muss bedenken, dass das Einlagenverbot über 100.000 Euro weitreichende Folgen haben kann, weil es eben nicht nur natürliche Personen, russische Staatsbürger, sondern eben auch Unternehmen betrifft. Zum Beispiel, wenn Sie ein österreichisches Hotel haben, das zu 100 Prozent einer zypriotischen Limited gehört, hinter der ein russischer Staatsbürger steht, auch wenn der gar nicht sanktioniert ist, also gar nicht gelistet ist. Aber wenn ein russischer Staatsbürger ist, der seinen Wohnsitz in Russland hat, dann fällt das Unternehmen, das unter der zypriotischen Limited, hängt in Österreich unter diese 100.000-Euro-Beschränkung. Es wird wahrscheinlich nicht oft vorkommen, aber diesfalls müsste man mit der ÖNB reden, wegen einer Ausnahme. Ein weiteres sehr scharfes Verbot ist der Verkauf von EU-Wertpapieren an russische Staatsbürger ist verboten. Und zwar solche übertragbaren Wertpapiere, die nach dem 12. April 2022 begeben wurden. Ausnahmen gelten hier wieder für Staatsangehörige eines Mitgliedstaats und für natürliche Personen, die über einen befristeten oder unbefristeten Aufenthaltstitel in der EU verfügen. Artikel 5f führt dazu, dass russische Kunden natürlich auch keine Fonds oder ETFs erwerben dürfen, die Titel beinhalten, welche nach dem 12. April begeben wurden. Zu bedenken ist aber, wenn der Kunde bereits jetzt in einen Fonds investiert hat und dieser Fonds zukünftig Wertpapiere in der EU kauft, welche nach dem 12. April begeben wurden, dann gilt laut ÖNB Bestandsschutz. Das heißt, verboten sind nur weitere Zeichnungen desselben Fonds an den russischen Kunden. Eine Sanktionsbestimmung, die damit auch zusammenhängt, ist das Verbot der Zentralverwahrung von Wertpapieren für russische, natürliche und juristische Personen. Zentralverwahrer spielen ja mittlerweile eine große Rolle im Wertpapierhandel, weil man ja, wenn man ein Wertpapier über eine Börse kauft, nicht mehr ein physisches Wertpapier in sein Depot geliefert bekommt, sondern das Wertpapier wird ja im Regelfall von einem Zentralverwahrer gehalten. In Österreich macht das die Kontrollbank, die ÖKB und gemäß Artikel 5e der Verordnung 833 ist es eben EU-Zentralverwahrern verboten, hier Dienstleistungen für Wertpapiere zu bringen, die nach dem 12. April 2022 an russische Staatsangehörige oder an juristische Personen ausgegeben wurden. Auch hier wieder Ausnahmen gelten für Staatsangehörige eines Mitgliedstaats, also für Doppelstaatsbürger und Russen, die einen Aufenthaltstitel in der EU haben. Zu erwähnen ist, dass hier die englische Sprachfassung etwas klarer ist als die deutsche, weil in der englischen Sprachfassung steht drin, in Shelby prohibited for trans-verbal securities issued after 12. April 2022. Und das issued ist etwas klarer als die deutsche Formulierung, wo oben steht, an russische Staatsbürger ausgegeben wurden. Das heißt, die deutsche Fassung hätte man eigentlich auch so verstehen können, dass die Zentralverwahrung für an Russen verkaufte EU-Wertpapiere nach dem 12.04. generell verboten ist. Das stimmt aber nicht. Und die englische Originalfassung stellt hier klar, dass dies eben nur für solche Wertpapiere gilt, die ab 12.04.2022 begeben wurden. Das wurde auch Anfang April von der Kommission auf der Website unter den Q&As klargestellt. Ich habe das hier nur angeführt, weil es irgendwie recht gut veranschaulicht, dass diese Sanktionsbestimmung teilweise wirklich sozusagen der Hund im Detail begraben ist und das nicht selbsterklärend ist. Und man manchmal, wenn man nur die deutsche Sanktionsbestimmung liest, das vielleicht als etwas strenger auffasst. Und wenn man dann den Originaltext in Englisch studiert, dann kommt man darauf, dass das eigentlich nicht so gemeint ist, sondern dass eben nur die Wertpapiere gemeint sind, die eben nach dem 12.04. begeben wurden. Dann kommen wir zu einem weiteren wesentlichen Verbot, das für die Banken in der Praxis sehr relevant ist, und zwar das Verbot der Bereitstellung von Euro-Banknoten und Banknoten an andere EU-Währungen an russische Staatsbürger und an juristische Personen in Russland. Es ist hier verboten, es geht aber hier nur um Bargeld, nicht um Überweisungen, klarerweise. Es ist verboten, Bargeld zur Verwendung in Russland zu verkaufen, zu liefern, zu verbringen oder auszuführen. Es gibt eine Ausnahme, und zwar dann, wenn es für den persönlichen Gebrauch für eine Reise nach Russland von Nöten ist, beziehungsweise auch für Diplomaten. Hier sollte man vielleicht ab einer gewissen Betragshöhe als Bank sich vom Kunden bestätigen lassen, dass das Bargeld nicht nach Russland verbracht wird, weil eine andere Auslegung der sehr weiten Textierung wäre wohl überschießend, denn dann dürfte man die betreffenden Kunden eigentlich nie etwas auszahlen, weil ja nie ganz ausgeschlossen werden kann, dass hier Bargeld nach Russland verbracht wird. Aber letztlich ist es natürlich schwierig, das Verbot als Bank zu kontrollieren, solange man keine Anhaltspunkte hat. Dann ein weiteres wesentliches Verbot, und ich bin ja noch gleich fertig mit meinem Foliensatz, das jetzt seit 8. April dazugekommen, ist das Verbot der Bereitstellung bestimmter Trust- und treuhändischer Dienstleistungen für russische Treugeber oder Begünstigte. Das wird ab 10. Mai scharfgestellt. Dann ist es verboten, für EU-Bürger als Treuhänder, nomineller Anteilseigner, Geschäftsführer etc. für einen Trust oder eine ähnliche Rechtsgrundlage zu handeln. Es gibt hier gewisse Ausnahmen, wenn eben der Treugeber oder der begünstigte EU-Staatsbürger ist oder einen EU-Aufenthaltstitel hat. Auszuführen ist hier, dass die vorliegende Bestimmung auch mit anderen Sanktionsbestimmungen zusammenspielt. Zum Beispiel, wenn Sie einen zypriotischen Trust haben, wo ein Russe mit Wohnsitz in UK begünstigter ist. Und es gibt eben keine Ausnahme für UK-Wohnsitz. Das heißt, der Russe wird behandelt, wie wenn er seinen Wohnsitz in Russland hat. Und zusätzlich ein österreichischer Staatsbürger Protektor dieses Trusts ist. Dann greift jetzt noch die Ausnahme vom Einlagenverbot über 100.000 Euro. Weil ja der österreichische Staatsbürger der Protektor ist, des Trusts eben auch wirtschaftlicher Eigentümer ist und der darf eben nicht sanktioniert werden. Aber bis 10. Mai müsste der Österreicher sich zurückziehen. Und dann müsste man diesen zypriotischen Trust, wenn der Unternehmen in Österreich hält zu 100 Prozent, dann müsste man diesen Unternehmen die Konten sperren. Dann hier noch eine weitere Aufzählung von weiteren Sanktionsbestimmungen, die wir teilweise auch schon oben behandelt haben. Also zumindest der Ausschluss wesentlicher Banken vom EU-Kapitalmarkt. Es ist natürlich auch verboten, Staatsanleihen Russlands zu zeichnen, mit diesen zu handeln. Es gibt auch ein Verbot beim Börsenhandel und es gibt auch ein Transaktionsverbot mit der russischen Zentralbank. Das führt dazu, dass die Währungsreserven, die im westlichen Ausland lagern, das sind ungefähr 55 Prozent der russischen Währungsreserven, damit eingefroren wurden. Ich hätte ursprünglich gedacht, dass diese Sanktionsbestimmung besonders hohes politisches Eskalationspotenzial hat. Anfang März ist ja auch der Rubelkurs ziemlich eingebrochen, hat sich aber leider mittlerweile wieder recht stabilisiert durch die Bezahlung von Gas in Rubel, weil es ja in Russland von der Gasbund Bank konvertiert wird, dann in Rubel und dadurch ist die Nachfrage nach Rubel wieder angestiegen. Insofern kann man zusammenfassend sagen, die Auswirkungen der Finanzsanktionen auf die österreichischen Banken. Zahlungsverkehr mit Russland funktioniert nach wie vor, weil eben bis jetzt nur 23 Prozent der russischen Banken gelistet sind. Die Finanzsanktionen richten sich natürlich in erster Linie an die Banken. Das heißt, viele österreichische Unternehmen sollten nicht tangiert sein, auch weil in erster Linie russische Staatsbürger und juristische Personen aus Russland sanktioniert werden und die Banken natürlich die Einhaltung der Sanktionen prüfen müssen. Aber Sanktionsbestimmungen können auch ausstrahlen, wenn zum Beispiel ein österreichisches Unternehmen indirekt einem russischen Staatsbürger zuzurechnen ist, wenn der über 50 Prozent hält und kein EU-Staatsbürger-Miteigentümer ist. Klarerweise bei jeglicher Bankfinanzierung ist zu prüfen und sicherzustellen, dass keine sanktionierten Güter finanziert werden. Das führt auch dazu, dass Banken sich natürlich nicht nur mit den Finanzsanktionen auseinanderzusetzen haben, sondern mit allen Russland-Sanktionen, weil natürlich bei jeder Transaktion geprüft werden muss, ob es sich hier um verbotenen Export oder Import handelt. Ja, damit bin ich mit meinen Ausführungen zu Ende und stehe für Fragen gerne zur Verfügung. Danke. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Egger, für diesen sehr umfassenden und klaren Überblick und auch für die Aussicht am Ende, dass natürlich die Bankensanktionen nicht der Banken betreffen, sondern eine Reihe von Unternehmen, insbesondere auch über das Verbot der Finanzhilfe für sonstige Transaktionen, die den Sanktionen unterliegen. Ich hätte eine ganz simple Frage, weil wir gesehen haben, dass sowohl die Bankensanktionen als auch die Export-Sanktionen und Import-Sanktionen letztlich einen Komplexitätsgrad erreicht haben, der sehr schwer zu handhaben ist. Wie findet man sich denn da am besten zurecht? Der Rat veröffentlicht regelmäßig von der Kommission erstellte Q&As. Im Tagestakt eigentlich werden die hochgeladen. Die ÖNB veröffentlicht was. Die WKO hat eine sehr, sehr hilfreiche Website. Wo beginnt man aus Ihrer Sicht am besten, wenn man sich damit befassen muss? Also ich glaube, am besten als Einstieg ist die, also nicht nur unsere WKO-Website, aber die finde ich zum Beispiel sehr gut geordnet. Das ist also nicht sozusagen die Webseite der Bundesparte, sondern die Webseite der Gesamtkammer. Wir haben einige Kollegen, die sich wirklich nur mit Sanktionen beschäftigen. Und das würde ich als Einstieg empfehlen. Dann gibt es den Leitfaden der ÖNB, der immer aktualisiert wird. Da gibt es jetzt die fünfte Auflage. Der widerspiegelt auch die wesentlichen Auslegungen der Kommission. Aber man wird nicht ganz umhinkommen, regelmäßig, so machen wir das jeden Tag, auf die Kommissionswebsite zu schauen und sich dort die Q&As durchzuschauen. Ja, also ich kann nur, es ist irgendwie nicht so leicht, auch wenn es keine Quantenphysik ist, sich einen Überblick zu verschaffen. Aber ich kann anbieten, wenn es hier Fragen gibt, meine E-Mail-Adresse habe ich eingeblendet, bernhard-egger-wko.at. Stehe ich gern zur Verfügung. Ich hätte noch einen kleinen Zusatz-Tipp vielleicht. Die eine Sache, die immer aktuell gehalten wird und auch an einem Punkt ist, ist die Datenbank zum gemeinsamen Zolltarif. Die Tarek-Datenbank, da kann man mit einer Abfrage über den Tarek-Code relativ rasch erfragen, ob bestimmte Güter jetzt von Sanktionen umfasst sind oder nicht. Und glaube ich, mit diesen letzten Praxistipps würde ich an den Herr Mag. Kerbel übergeben. Vielen Dank, Herr Dr. Egger. Wir wagen noch einen ganz kurzen Blick in oder auf das Thema Cyber Security. Vielleicht noch hier einen kurzen Abschluss, Keynote von Ihnen, Herr Wagner. Das wäre super. Ja, gerne. Vielen Dank. Ich habe die Aufgabe bekommen, mich sozusagen mit Ihnen mal in die Richtung der Cyber Security zu begeben. Ich habe auch ein paar Folien vorbereitet, natürlich, wie Sie das gehört. Und die Überschrift dieses Vortrags ist Cyber Security in dynamischen Zeiten. Und als wir das erste Mal über dieses Thema gesprochen haben, haben wir uns ja Gedanken darüber gemacht, wie eigentlich, ob man das Thema unter Pandemiezeiten oder unter Krisenzeiten zu betrachten hat. Und jetzt sind wir ja nun in verschiedenen Krisen angekommen. Und jetzt möchte ich das Thema mit Ihnen beleuchten und versuche, mich dabei dann auch kurz zu halten. Also tatsächlich sind wir hier in Deutschland unterwegs mit einem Team, was sich ziemlich interdisziplinär mit Kriminalität auseinandersetzt. Dazu gehört eben auch seit einigen Jahren das Thema Cyberkriminalität. Und ich beschäftige mich sozusagen tagtäglich mit irgendwelchen Schweinereien. Und Sie kennen das wahrscheinlich auch von Ihrem Schreibtisch. Und ich gebe Ihnen mal einen kleinen Überblick. Wir machen mal einen kleinen Abriss, um dann hinterher mal die Frage zu beantworten, ob wir eigentlich mit einer neuen Bedrohungslage konfrontiert werden. Also Phishing, das Riesenproblem. Eigentlich sozusagen die Grundlage allen Übels. Warum? Weil über Phishing sozusagen der Rohstoff, die Daten generiert werden. Themen, die schon seit Jahren bekannt sind. Uns kommen sozusagen Daten abhanden. Über ganz irre Wege, die wahrscheinlich niemand so richtig auf dem Schirm hat. Wir haben sozusagen das Problem, dass wir aus dem recycelten Material auch Daten verlieren. Wir haben zusätzlich jetzt eine Industrie 4.0 seit einigen Jahren, die wir nicht so ganz unter Kontrolle haben, weil immer wieder Fehler vorhanden sind, die ausgenutzt werden. So ist es eben. Wir haben uns ja, man könnte fast sagen, auch schon daran gewöhnt, dass es nicht ganz richtig gut funktioniert. Dann erkennen wir seit vielen Jahren eine Digitalisierung eigentlich der Kriminalität. Also das, was mal in den 90er Jahren als Enkeltrick bekannt wurde, ist ja das, was wir eigentlich heutzutage als CEO-Fraud sehen. Wir haben DDoS-Attacken. Also im Grunde genommen auf illegale Art und Weise vernetzen sie Geräte. Das kriegt meistens der User und Eigentümer gar nicht mit. Und sie greifen irgendwo an. Was machen sie damit? Sie normalerweise versuchen sie damit, Server oder Webseiten lahmzulegen. Wir haben das Problem oder das Phänomen Cybercrime as a Service. Also man könnte auch sagen, wenn ich jetzt kriminell werden würde, mache ich das jetzt eigentlich selber oder kaufe ich mir die Lösung ein? Wir haben also Täter, die gemeinschaftlich handeln. Sie finden Experten. Sie können sich aber auch über Anfängergrundlagen selber ein Bild verschaffen und gucken, ob sie selber auch in der Lage wären, Mailware zu entwickeln. Sie können es aber auch kaufen. Und sie können natürlich völlig anonym für kleines Geld sozusagen durch die Welt gehen und irgendwelche IP-Adressen nutzen und auf diesem Weg versuchen, mit größtmöglicher Sicherheit eben nicht erwischt zu werden. Und das ist vielleicht auch das Besondere an dieser Form der Kriminalität. Wir haben eine unendliche Beziehung sozusagen zwischen Opfer und Täter. Es ist sozusagen 1 zu N, weil wir in vielerlei Hinsicht mit Massenangriffen eben zu tun haben. Dann kommen wir in den Bereich Ransomware. Seit einigen Jahren ein Riesenthema. Und wir haben hier schon 2016 und 2017 das Phänomen gehabt, das dann auch relativ schnell dazu geführt hat, dass eben die Medien darüber berichtet haben, dass es hier eine Destabilisierung eigentlich der Ukraine gab über die Ransomware, beziehungsweise dann später über Nordpetia mit einer Attacke auf einen Großteil sozusagen ukrainischer Unternehmen oder Rechner oder Server, die da stehen. Auf das Thema Nordpetia komme ich gleich noch mal. Wir haben WannaCry gehabt. Das kennt vermutlich auch fast jeder. Der freundliche Mann, der dort vom Bild runter lächelt, wird immer noch besucht, da man im Kenntnisstand. Kommt übrigens aus Nordkorea. Da kann man sich auch die Frage stellen, ist das jetzt eigentlich sozusagen jemand, der aus privater Absicht dort tätig gewesen ist oder reden wir auch hier über politisch motivierte Taten? Das BKA hat 2020 gesagt, Ransomware ist die größte Bedrohung für uns. Dann muss man sich mal die Zahl merken, dass wir wahrscheinlich im Schnitt uns irgendwelche Schadsoftware eingefangen haben, die aber dann doch über 150 Tage wahrscheinlich völlig unbemerkt in den System schlummert. Wir haben dann Ransomware-Attacken erlebt, insbesondere auch hier so zu Zeiten der Pandemie. Das ist sehr stark sozusagen hier aufgeschlagen. Das sind jetzt zum Teil ja auch deutsche Beispiele, die hier bei uns sozusagen in der unmittelbaren Umgebung von Düsseldorf stattgefunden haben, wie beispielsweise der Ausfall der IT im Uniklinikum Düsseldorf. Das hat zu erheblichen, also wirklich auch hochdramatischen Situationen geführt. Es gab beispielsweise Notfälle, die konnten dann nicht rechtzeitig das Krankenhaus ansteuern und müssten dann ihre Patienten ganz woanders hinschicken. Das war dramatisch. Es gab wohl auch einen Todesfall in dem Kontext. Das kennen Sie auch. Das sind die üblichen Schlagzeilen. Wir haben Angriffsvektoren über Webseiten. Wir werden über E-Mails damit konfrontiert. Es gibt Schwachstellen in VPN-Zugängen. Das sind auch Themen, die uns in der Pandemie eingeholt haben. Es gibt gestohlene Accounts. Also hier sehen Sie beispielsweise ein Admin-Account für ein großes logistisches Unternehmen. Das kostet halt, wenn man weiß wo, 15 Dollar. Und dann haben Sie im Grunde genommen eine große Chance, große Probleme dort anzurichten für ganz kleines Geld. Warum ist das eigentlich so? Man könnte jetzt die Frage stellen, warum kriegen wir das eigentlich nicht in den Griff, wenn wir doch alle in Anführungsstrichen jetzt schon wissen, dass es die Probleme gibt. Und man könnte doch vielleicht auch mit viel Geld Lösungen schaffen, die den Schaden minimieren. Und ich fand es eine sehr schöne Formulierung. Bruce Schneier hat Bücher geschrieben. Vor 20 Jahren hat er sich auf den Standpunkt gestellt, dass man mit Kryptografie eigentlich alle Probleme löst. Später hat er ein Buch geschrieben und hat dann eingestanden, nee, ich hatte völlig Unrecht. Im Grunde genommen hilft uns die Mathematik eigentlich gar nicht. Warum ist das so? Ja, weil im richtigen Leben halt Menschen da sind und Menschen und ihr Wissen und ihre Beziehung untereinander und ihr Umgang mit Maschinen ist sozusagen entscheidend. Und Computer sind einfach komplex und instabile und fehlerbehaftete Maschinen. Und dann gibt es noch eine zweite Zahl, die ich ganz interessant finde. Über stabile Programme redet man dann eigentlich, wenn man auf 1000 Zeilen ausführbaren Code 0,5 Fehler findet. Wenn Sie mal überlegen, Windows 10 hatte schon 50 Millionen Zeilen ausführbaren Code. Wir haben sozusagen alle in unserer vernetzten Welt noch viel mehr Codes, die ausgeführt werden. Und im Grunde genommen ist es doch so, es reicht ja ein Fehler eigentlich, den man dann nutzt. Und diese Fehler werden ja weltweit sozusagen in Datenbank registriert und sind auch eigentlich allen Menschen zugänglich. Und dann ist es halt ein Wettlauf, den man meistens eben nicht gewinnen kann. Und deswegen lässt sich diese Frage nach dem Warum kaum beantworten. Und jetzt reden wir sozusagen mal über das Thema Ukraine und Bedrohungslage. Und ist es eigentlich eine neue Bedrohungslage durch die Kriegsführung? Und jetzt muss ich schon einräumen, ich selber, ich bin weder Verteidigungsspezialist im militärischen Bereich, ich habe da auch keine Berührungspunkte zu. Ich bearbeite hier Wirtschaftsunternehmen. Wir haben viele große Unternehmen und Konzerne, die im In- und Ausland unterwegs sind. Und ich kann mich im Grunde genommen eigentlich nur auch auf das stützen, was ich beobachte und was ich aus den Firmen zurückgespiegelt bekomme, was Teil meiner Arbeit ist und was natürlich hier bei uns in Deutschland die Behörden auch sagen oder was insbesondere dann das BSI veröffentlicht. Und wenn man das alles mal zusammennimmt, dann stellt man natürlich schon fest, ja, wir haben eine Destabilisierung auch erlebt, auch insbesondere zu Beginn sozusagen des Angriffskrieges. Wir haben einen Angriff auf Infrastrukturen und wir haben vor allen Dingen Desinformation. Wir haben dort Ransomware-Angriffe, die dokumentiert sind und wie die bekannt sind. Es gibt DDoS-Attacken, es gibt Hack von Websites, insbesondere in der Ukraine. Und es geht darum, das Ziel ist, für den Nutzer unerreichbar zu machen. Also wenn Sie dort sozusagen einen Blick in die Medien riskieren, dann werden Sie feststellen, okay, das kenne ich eigentlich alles. Und das haben wir auch gerade eigentlich alles schon gesehen. Also das sind im Grunde genommen, ja, Attacken, die werden jetzt durchgeführt, die werden auch sozusagen zweckorientiert und zielorientiert durchgeführt, sind aber meines Erachtens doch offensichtlich jetzt auch keine ganz neuen Bedrohungslagen. Das zweite Thema, was ich doch sehr interessant finde, weil es aus meiner Sicht doch noch einen viel stärkeren Raum eingenommen hat, wir haben das schon bei den letzten Wahlen festgestellt, Fake News, gefälschte Videos und Bilder, das ist schon ein Problem. Sozusagen, Sie können ja heute aus Computerspielen im Prinzip Szenen herausnehmen, die veröffentlichen, und Sie müssen dann erst mal feststellen, ist das jetzt eigentlich richtig oder nicht. Also die Verlässlichkeit von Daten zu bestätigen, ist einfach wahnsinnig schwierig geworden und das ist mit Sicherheit ein Problem, was uns alle einholen wird. Dritter Punkt ist im Grunde genommen, man könnte vielleicht sagen, erfreulicherweise ist Russland kein ganz starker Entwickler und hat keinen ganz starken Vertrieb von Software, die global eingesetzt wird, bekannt. Und wahrscheinlich am bekanntesten ist eigentlich Kaspersky mit seinem Virenschutzsystem. Und da ist es tatsächlich so, es gibt im Grunde eine amtliche Warnung des BSI, die ist am 15. März veröffentlicht worden, die sagt oder die warnt und empfiehlt den Unternehmen, von Kaspersky auf andere Anbieter zu wechseln. Im Grunde genommen liegen die Gründe ja auf der Hand. Zum einen können wir mit Sicherheit sagen, dass sozusagen Kaspersky selber noch verlässlich ist. Ist sozusagen der Weg zu Kaspersky noch verlässlich? Wenn Sie im Virenschutz arbeiten, brauchen Sie im Grunde genommen eine Verbindung in die Richtung. Wird vielleicht das Unternehmen auch gegen seinen Willen für staatliche Zwecke eingesetzt? Das weiß man alles nicht. Deswegen gab es die amtliche Warnung. Und dann gibt es aus meiner Sicht ja noch einen weiteren Punkt. Im Grunde genommen ist es so, die Industrie, die diese Virenschutzprogramme, Anwendung zur Verfügung stellt, tauscht sich normalerweise eng aus. Ich weiß nicht genau, kann auch nicht beurteilen, ob dieser Austausch auch noch sichergestellt ist. Die Frage ist dann, ob die Software noch qualitativ das abbildet, was man eigentlich erwartet. Das nächste Thema, was ich sehr bedenklich finde persönlich, ist sozusagen dieser Aufruf von Privatpersonen im Cyberraum zum Gegenangriff. Das haben Sie auch wahrgenommen. Da gab es schon viele Schlagzeilen zu dem Thema. Das kann man aus ethischen und auch ganz vielen verschiedenen Winkeln betrachten. Unterm Strich stellt sich für mich immer die Frage, ist das eigentlich zulässig? Und ich kann das zumindest mal für Deutschland sagen, wenn Sie in Deutschland sitzen und hacken, dann ist das zunächst mal eine Straftat. Dann spielt es zunächst mal auch gar keine Rolle, für wen und wie Sie da vorgehen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wissen Sie im Grunde genommen ja auch gar nicht, wo Sie hinterher rauskommen. Also wenn Sie sozusagen da einen Angriff fahren, wer sagt Ihnen denn am Ende des Tages, ob nicht sozusagen die Server und die Verbindung und alles das sozusagen getroffen wird, was vielleicht gar nicht in Russland steht und im Grunde genommen mit der aktuellen Situation dort auch nichts zu tun hat. Das BSI selber sagt, deutsche Unternehmen, gezielte Angriffe auf deutsche Unternehmen, deutsche Wirtschaft hat es so bisher noch nicht beobachtet. Ich habe da auch keine andere Informationen. Für Österreich ehrlich gesagt kann ich jetzt nicht sprechen. Aber sozusagen insgesamt habe ich das jedenfalls nicht wahrgenommen, dass es explizit gezielte Angriffe sind, die hier mit dieser Bedrohungslage und mit der Ukraine-Krise zu tun haben. Was ich eher festgestellt habe ist, und was man auch im Grunde genommen hier im wirtschaftlichen Kontext hört, ist eben, dass es den einen oder anderen Kollateralschaden eben gegeben hat, weil am Ende des Tages auch vielleicht auch vermeintlich Dienstleistungen, Produkte oder Unternehmen irgendwo dem Land Russland zugeordnet wurden, die aber damit gar nichts zu tun haben. Also da gibt es zahllose Beispiele. Das ist nicht immer der Riesen-Impact, aber zum Teil ist es dann doch, kann man sagen, Kollateralschaden, der vielleicht auch gar nicht beabsichtigt war, aber doch eingetreten ist. Wir haben natürlich das Thema der Tripbrettfahrer. Das hatten wir im Übrigen auch in der Pandemie immer dann, wenn es darum geht, sozusagen Beihilfen abzugreifen. Gibt es dann auch betrügerische Fishing-Mails in diesem Konflikt. Der Ukraine-Krieg ist das eben auch so. Es gibt Leute, die dann eben versuchen, in Verbindung mit diesen Opfer, Fluchthilfen, Geld abzukassieren. Das ist aber sozusagen Phänomen. Das ist ein Nebenkriegsschauplatz. Aber der ist eben doch da und es kann auch zum Problem werden. Das heißt für mich, das Fazit, um sozusagen die Eingangsfrage zu beantworten, in aller Kürze und in aller Vorsicht. Ja, es gibt eine Bedrohungslage. Ja, die Behörden sagen auch, sie ist abstrakt vorhanden, kann sich auch jederzeit ändern. Aber ausgehend von diesen Informationen, die aktuell vorliegen, hat sich zumindest mal die Bedrohungslage noch nicht dramatisch in die Richtung verändert, dass die Wirtschaft sich mehr fürchten müsste als vorher. Weil ehrlich gesagt, alles das, was sozusagen hier im Umfeld unterwegs ist, ist gefährlich. Zwei Hinweise noch. Sehr interessant. Im Januar ein Urteil aus den USA. Aber hat vielleicht noch nicht sozusagen, noch nicht ganz die Relevanz, weil es noch sehr früh ist. Ich glaube, erst in der ersten Instanz eine Entscheidung herbeigeführt wurde. Hier geht es nochmal um Notpetya. Ich hatte das vorhin eingangs erwähnt. Im Grunde genommen ging es um die Frage, war das ein Cyberangriff auf die Ukraine 2017? Und war das damals schon ein militärischer Akt? War das eigentlich ein Kriegsakt? Und das ist eine ganz interessante Frage für die Versicherung. Und das wäre dann auch im Grunde meine Empfehlung. Vielleicht sollte man jetzt seine Versicherung mal prüfen. Es ging nämlich darum, das Gericht hat nicht darüber entschieden, ob das eigentlich ein Kriegsakt war oder nicht, sondern das Gericht hat sich dazu aus, sozusagen hat sich dazu geäußert, ob die Versicherungsverträge und die darin enthaltenen Klauseln eigentlich das Szenario konkret abdecken, was hier versichert ist. Also ganz interessanter Punkt, wäre meine Empfehlung, wenn Sie in die Richtung Cyberversicherungen haben. Ich kriege ja immer sozusagen hier mit tagtäglich, in Anführungsstrichen, dass der Versicherungsschutz ohnehin problematisch ist. Aber hier fand ich es sehr spannend, weil wir werden uns ja auch zukünftig mit der Frage auseinandersetzen müssen, wie sind Cyberrisiken eigentlich versichert? Weil sie feststellen werden, dass die Versicherer, die großen Konzerne, sehr zurückhaltend geworden sind, das Geschäft sehr eingeschränkt haben. Und ihre Versicherungsbedingungen auch sehr, sagen wir mal, interessant auslegen. Und ich meine, man muss nur in die Welt schauen. Es ist heute sozusagen schon in der Intro dargelegt worden. Man wird sich auch zukünftig mit einer Bedrohungslage auseinandersetzen müssen. Und die Frage, die sich dann stellt, ist, wenn das alles, was militärisch und irgendwelchen Geheimdienstaktivitäten zuordnet wird, nicht mehr versichert ist, ist das schon deswegen allein schwierig, weil man weiß es ja meistens gar nicht, wer es eigentlich war. Und dann reden wir sozusagen im luftleeren Raum über irgendwelche Zuordnungen, die man dann treffen muss, die man aber vermutlich kaum beweisen können wird. Also eigentlich ein ganz spannendes Thema, wenn es nicht am Ende des Tages so viel Geld kosten würde und relativ traurig wäre. Wichtige Empfehlung, glaube ich, grundsätzlich, das mache ich jetzt wirklich kurz, beschränke mich mal auf die IT-Prozesse. Auch hier geht es darum, Sie müssen in Ihrem Unternehmen dafür sorgen, und wenn Sie selber nicht sozusagen eine IT-Schnittstelle sind, dann müssen Sie bitte aus dem Management heraus dafür sorgen, dass überprüft wird, ob die Notfallpläne funktionieren, die Sie haben. Wie ist die Erreichbarkeit, wie ist die Verfügbarkeit? Ist die Angriffsfläche minimiert worden? Also wird regelmäßig gepatcht, also werden Updates reingefahren, dass die Systeme auf dem neuesten Stand sind. Das ist nicht immer einfach, wenn man mit Insellösungen unterwegs ist, wenn man in der Produktion mit alter Software arbeitet und so weiter. Also ist die Härtung der Systeme steht im Vordergrund. Wie kann man sozusagen die Detektion verstärken? Also schauen Sie vielleicht ein Stück weit mehr, wie die Zugriffe auf externe Systeme aussehen. Das kann man monitoren, das sollte man tun, um einfach zu schauen, ob sich dann mehr Anomalien auftun als in der Vergangenheit. Und natürlich das Thema Backups ist das A und O. Hier gibt es einfach ganz interessante, in der Praxis einfach ganz interessante Phänomene. Wir haben Mandanten erlebt, die in einer Krise dastanden. Ja, wir haben Backups, alles super. Und dann stellt man fest, oh, wir sichern auch auf Bänder, aber wir haben gar keine Möglichkeit mehr, diese Bänder zurückzuspielen und so weiter. Also wo es dann ein technischer Super-GAU ist. Dass das alles im Grunde genommen, dass IT-Sicherheit ein Prozess ist, ist eigentlich klar. Das ist heute, glaube ich, allen, die sich mit dem Thema beschäftigen, auch klar. Informationssicherheitsmaßnahmen habe ich gerade angesprochen. Sie müssen Ihre Leute sensibilisieren. Sie müssen in Awareness-Kampagnen investieren, um den Leuten zu erklären und nach wie vor regelmäßig und intensiv zu erklären, warum sie nicht irgendwelche fremden Attachments öffnen müssen und sollen. Also da gibt es eine Menge zu tun. Für Sie vielleicht noch so der kleine Tipp und dann beende ich es jetzt sozusagen mit einem harten Cut. Wenn Sie mögen, können Sie selber mal überprüfen über eine zuverlässige Website, ob Ihre persönliche E-Mail-Adress nicht möglicherweise schon bekannt ist und offen liegt und vielleicht auch missbraucht. Das ist sozusagen der Zugang, diese Website hier. Herr Fabian kommt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. In der Kürze liegt die Würze und damit möchte ich schließen. Super. Haben Sie. Vielen Dank. Danke schön, Herr Wagner. Das nächste, was ich jetzt mache, mein Diensthandy wieder in DDV zum Update bringen. Das mache ich im Anschluss. Ich habe die Einleitung gemacht. Insofern von mir vielen Dank. Dann bitte ich einfach den Herrn Berater, Herrn Dr. Müller, den Abschluss zu machen. Ja, vielen Dank. Ich glaube, es war eine sehr, sehr gelungene und auch sehr spannende Veranstaltung. Auch wenn es ein bisschen länger gedauert hat als intendiert. Dafür entschuldige insbesondere ich mich, weil ich zu lang war. Aber hoffen wir, dass wir Ihnen doch einen allgemeinen Überblick gegeben haben, wenn Sie Fragen steuerlicher oder auch rechtlicher Natur haben. Das stehen wir natürlich sehr, sehr gerne zur Verfügung. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und ja, auf Wiedersehen. Dankeschön. Bleiben Sie gesund. Auf Wiedersehen. Danke. Auf Wiedersehen. Danke. Danke.